Es begann als ein Urlaub. Begierig der strahlenden Zukunft in Kansas zu entkommen verwandelte Arthur Howitzer Jr. die Reihe seiner Reiseberichtkolumnen in The French Dispatch. Einen wöchentlichen Tatsachenbericht zu den Themen Weltpolitik, Kunst, hohe und niedere und breit gefächerte Alltagsgeschichten. Ist das nicht ein bisschen zu halbseitend diesmal? Finde ich nicht. Wir anständige Leute. Es sollte charmant sein. Er stellte aus den besten Exiljournalisten seiner Zeit ein Team zusammen. Berenson, Sazerac, Kramans, Robach Wright. Das waren seine Leute. Lassen Sie es so wirken, als hätten Sie es bewusst so geschrieben. Thema des heutigen Vortrags abends. Mr. Moses Rosenthaler. Gewiss die lauteste künstlerische Stimme seiner rauflustigen Generation. Simon Nacktzen, Block J, Hobbyraum. Ich will es kaufen. Ist nicht zu verkaufen. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es. Kurzum, das Bild war eine Sensation. Das waren die Kinder. Sie zerstörten tausend Jahre republikanische Autorität in weniger als zwei Wochen. Was sie wollten? Freiheit. Punkt. Ich bin nackt, Mrs. Kramans. Das sehe ich. Leutnant Escafier. Ein großartiger Vertreter der Kochkunstrichtung Polizeikoffen. Die Aromen zogen jeden in ihren Bann, der auf tödliche Weise gebrochen wurde. Wie Sie schon wissen, haben wir Ihren Sohn entführt. Esäkrier. 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 Hallo. Halt dich. Esäkrier. Esäkrier. Allee. 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 Die Druckvorstufe sagt, eine Stunde bis zum Druck. Du bist gefeuert. Wirklich? In meinem Büro wird nicht geweint. The French Dispatch. ! T ! ! ! !